Guten Abend beim Wetter. Es bleibt in den nächsten Tagen sonnig und warm. Die sonnenreichsten Regionen dieser Osterfeiertage. Dazu gehören die Bewohner von Schleißheim bei Wels mit 44 Stunden Sonnenschein. Gleichauf mit unserem Wetterbeobachter am Sonnblick, gefolgt von Marep Farr im Lungau. Und weil wir schon beim Sonnenschein sind, die sonnenreichste Region 2006, und das erfahren Sie hier nun exklusiv, das ist die Storchengemeinde Weiden an der March. Und wer das Sonnenrennen heuer macht, das ist natürlich noch offen, wir sind gespannt. Momentan liegt Kärnten vorne. Sonne gibt es in den nächsten Tagen reichlich, auch wenn wir weiterhin in einer nördlichen Luftströmung liegen. Man könnte erwarten, da kommen Wolken und Kälte, wird aber nicht passieren, ein Hoch ist viel zu nah. Daher wenig Wolken auch bei der Prognosekarte für die kommende Nacht. Es bleibt weitgehend sternenklarer, das gilt vor allem für die Regionen im westlichen Österreich. Die Wolken im Osten kaum der Rede wert. Trotz sternenklarer Nacht bleiben wir frostfrei, allerdings frisch. Der Morgen trotzdem, zum Beispiel im Lungau mit 2 Grad oder im Inntal mit 4 Grad. Tagsüber dürfen wir morgen wieder voll auf die Sonne setzen. Ungetrübt scheinen Sie hier von Kärnten über Osttirol bis zum Bodensee. Die Wolken im Osten, die können am Nachmittag auch nur vorübergehend etwas dichter werden. Mit der Sonne wird es neulich sehr warm. Die Temperaturen steigen und erreichen 23 Grad. Das gibt es morgen vor allem im Bereich von Villach bis Bad Radkersburg. Mit Sonnenschein geht es auch Richtung Wochenende weiter. Das gilt für übermorgen und für den Freitag. Da legt die Temperatur sogar weiter zu mit bis zu 25 Grad. Wenn Sie sich jetzt fragen, wird es denn heuer überhaupt nochmal richtig kalt, haben wir die Antwort. Ab sofort neu bei uns der ORF 15-Tage-Trend. Wir sehen hier die historischen Kälte-Rekorde und oben die rote Linie, die höchsten Temperaturen aller Zeiten. Wir bleiben bis auf weiteres schön angenehm in der Mitte hier liegen, wobei die Prognose ab der zweiten Woche natürlich etwas unsicherer wird, was die Fläche hier, wenn sie breiter wird, symbolisiert. Ein neuerlicher Wintereinbruch ist bei weitem nicht in Sicht und auch nicht zu erwarten. Guten Abend. Tschüss.